So, da sind wir auch schon wieder. Ging schnell diesmal, aber passt. Wir wollten ja glaube ich auch noch ein bisschen was schaffen, habe ich so gehört. Äh, genau. Was wir noch auf jeden Fall brauchen, sind Batterien. Dafür haben wir jetzt Eisen und Kupfer geholt. Da Kupfer nehme ich mal noch ein bisschen mehr mit. Damit wir oben halt ausreichend Geschütztürme hinstellen können. Eventuell packe ich auch noch mal ein bisschen Stahl mit ein. Ist glaube ich auch nicht verkehrt. Oh, wir können noch. Dann können wir die auf dem Weg schon mal bauen. Guck mal, da oben kommen sie schon wieder. Und irgendwas, ne? Ist wahrscheinlich schon wieder kaputt. Kriegen sie das hin da oben, oder? Ja, scheint zu gehen. Okay. Ach, ich fahre jetzt unten längst. Ist egal. Ja, wie gesagt. Den Krempel hier. Wollt... Oh, wie ich war... Ja. Reißen wir auf jeden Fall auch noch ab heute. Weil dann sind wir das nämlich los. So, wir brauchen Batterien. Ah, 36 ist jetzt nicht so viel. Aber immerhin. So. Gehen schon wieder drei mehr. Das ist doch schon mal was. Ja, die Dinger sind halt recht teuer. Aber geht. Jetzt kommen sie da unten schon wieder an. Das ist echt unglaublich. Also wie gesagt, ich glaube im nächsten Stream müssen wir echt mal wieder aufräumen gehen, glaube ich. Naja, mal gucken. Ich habe das Gefühl, dass die hier immer noch den Brennstoff hart am Snacken sind. Liegt wahrscheinlich daran, dass unten das Lager auch noch nicht voll ist. Können wir mal eben gucken, wie das da aussieht. Nee. Wobei... Ja doch, da fehlt noch einiges. Fehlt noch einiges, aber passt schon. So, weil der Zug gerade weg ist, fahren wir jetzt einfach mal hier rein. So. Äh... Ach so. Strom wollte ich auch bauen. Ha. Da war ja was. Machen wir nach den Türmen. Ich gucke jetzt erstmal hier. Ja, genau. Den haben sie schon wieder ins Kreuzfeuer genommen hier. Das war einer zu weit. So. Dann müssen da noch ein paar hin und dann haben wir es, glaube ich, auch. Ah ja. Ja, das sind halt die Batterien, die fehlen. Ich warte nochmal eben, bis der eine fertig ist. Die sind zügig hier. Das dauert halt eine Weile, bis das Lager hier voll ist. Das ist ganz klar. Also dieses Zwischenlager hier hat fast einiges. Aber das ist nicht so schlimm. Denn es ist auf jeden Fall sichergestellt, dass da genug nachkommt. So, unten ist wieder ein Angriff von mir aus. So, wie gesagt, der eine Turm sollte noch gehen. Ach, wir haben jetzt noch zwei. Okay. Passt. So. Dann nur nochmal eben so ein bisschen Strom ran. Und ich denke mal, dann sollte das hier eigentlich funktionieren, so was die Verteidigung angeht. Müssen wir mal gucken. Ah, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Ach ja, hier muss auch noch Strom ran. Wobei ich nicht glaube, dass sie unbedingt von hier kommen. Aber man weiß ja nie so genau. So, einfach mal ins Eck. So, dann geht's nochmal hier rüber. Ich glaube, wir hatten oben irgendwo noch einen Schaden verursacht, aber das ist erstmal nicht so wild. Dann kommen wir jetzt zu dem, was ich eigentlich eben schon machen wollte, nämlich dem Abriss von dem alten Kraftwerk, nämlich komplett weg. Ich gucke nochmal eben. Genau. Hier war noch was. Jo, passt. Gut. Wichtig sind auf jeden Fall für uns die Dampfmaschinen. Licht können wir auch alles mitnehmen, genauso wie die Strommastgeschichten. Kann alles weg. Dann müssen wir gleich mal gucken, was wir hinten noch unterbringen können an Dampfmaschinen. Ich glaube, eine Reihe geht auf jeden Fall noch. Und alles Weitere ist dann erstmal nicht so wild. Also wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal genügend Energie, glaube ich. Ja. Und ich denke mal, dass das dann auf jeden Fall da hinten eine endgültige Kraftwerkposition ist. So, die Reihe kann noch weg. Oh. Ach ne, die kriegen von hier. Gut, dann kann das auch noch weg. Der andere Strang hier muss dann aber stehen bleiben. So. Ja, dann weiter im Text. Hier nochmal Strom. Dann die ganzen kleinen Kramgeschichten. Warte mal, ich wollte mal was testen. Wir haben noch hier diese Abrissplaner. Was ist das? So eine Sache habe ich noch nie benutzt. Können wir uns ja mal angucken. In der Zwischenzeit nehme ich nochmal ein paar Stromgeschichten hier weg. Achso, schon fertig. Was macht das? Ich habe keine Ahnung. Ah. Aber da bräuchten wir wahrscheinlich Roboter für, ne? Kann das sein? Kann das unter Umständen vielleicht sein? Ein Bauroboter vielleicht? Dann bräuchten wir aber Flugroboter-Bauteile. Äh. Ja, vergiss es. Machen wir erstmal manuell. Ich denke mal, das machen dann nachher die Bauroboter. Würde ich jetzt mal zumindest so denken. Kann man sich ja mal im Hinterkopf behalten. Wer weiß. Äh, da ist auch wieder ein Angriff. Das sind sogar noch diese billigen Greifarme, ne? Aber das macht nichts. Die können wir ja zu den anderen, glaube ich, umbauen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Warte mal eben. Ja, genau. So. Können wir ja schon mal in weiser Voraussicht machen, weil brauchen wir sowieso. So. Auch hier kommt alles weg. Die Pumpen, die könnte man später, falls wir es dann brauchen, noch für ein Zweitkraftwerk gebrauchen. Und meine Spitzhacke ist gerade kaputt gegangen. So. Ach so. Dann brechen wir den Schwung nochmal eben ab. Genau. Und dann können wir im Prinzip schon mal den nächsten wieder bauen. Eins, zwei, drei. Dann können wir hiervon noch welche bauen, bis die alten... Ach so. Können wir auch nicht. Wollte gerade sagen, bis die alten Förderbänder verbraucht sind, aber nee. Geht nicht. Kein Eisen da. Ja, und so langsam wird es dann hier oben weniger. Das heißt, wir müssten dann auch bald bei der Hauptbasis damit beginnen, diese automatischen Produktionsstätten zu bauen. Warte, mal den bauen wir von oben nach unten. Geht glaube ich schneller. Am besten angefangen hier. Genau. So. Haben wir das auch. Hier muss ja nichts mehr rein an Brennstoff. Das passt also. Jetzt haben wir hier unten noch ein bisschen Kleinkram. Den nehmen wir noch eben mit und dann haben wir das ja weg. So. Alles muss weg. Ich weiß, wir haben in diesem Let's Play bisher recht viel und oft umgebaut. Aber es war halt irgendwie nötig, sag ich mal. Ich hoffe auch, dass es jetzt das letzte Mal ist. Aber das kann man vorher immer nie so genau sagen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Genau. Dann hätten wir das. Fehlen noch die Offshore-Pumpen. Und dann sieht das hier doch gleich schon wieder viel, viel angenehmer aus. Jaha. So. Ja, hier unten diese automatischen Produktionen sind halt so eine Geschichte. Die wir eigentlich erstmal da lassen können. Was wir noch machen könnten wäre zum Beispiel drüben den Beton hinzuklatschen. Schau mal mein Auto. Was wir auch machen müssten wäre zum Beispiel mal ein bisschen Brennstoff loswerden beziehungsweise mal den Kofferraum aufräumen. Hier kann man jetzt übrigens voll gut längs fahren ohne irgendwo gegen zu fahren. Zumindest da oben. Warte mal. Eisen fehlte mir noch, ne? Oder wie war das? Ja, Eisen fehlte noch. Dann machen wir das eben so und können quasi hier nochmal den Rest weg craften. Und davon noch ein bisschen was craften bis die Dinger dann weg sind. Hier diese komische Holzkiste, ne? Braucht kein Mensch. So. Oh, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Eisen, glaube ich. Huch. Ja. Passt. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Äh. An sich. Achso, genau. Kofferraum. Da war was. Bei dem Brennstoff, den können wir Easy-Going hier irgendwo hinschmeißen. Da oben ist schon wieder ein fetter Angriff. Aber scheint zu gehen. Oh, haben wir ja richtig viel dabei. Nicht. Ich mache erstmal ein bisschen Platz im Inventar und nehme mir da einfach mal die Betongeschichte zu Hilfe. Kreisen wir das Ding einfach mal ein. Huch. Also da kommen schon diese mittleren Viecher. Also nicht mehr diese kleinen Alien-Viecher. Ich glaube, die haben wirklich was gegen uns. Hä? Achso. Stimmt, da war was. Finde ich ein bisschen schade übrigens. Dass man hier keinen Beton hinpflanzen kann. Aber vielleicht kommt das ja nochmal vielleicht in irgendeinem Patch. Man weiß es nicht so genau. Keine Ahnung. Das ist echt ein bisschen blöd hier. Naja, wenigstens geht das hier noch einmal rum. Dann passt es. So, das machen wir eben nochmal mit dem restlichen Kram, beziehungsweise je nachdem wie viel Beton wir gerade da haben. So geht's schneller. Auch dafür wären so eine Bauroboter irgendwie ziemlich cool, glaube ich. Vielleicht müssen wir uns da doch nochmal mit befassen. Ne, werden wir auf jeden Fall. Aber nicht mehr heute. Glaube ich. Was wir hier dann gleich nochmal eben hinstellen werden, sind die übrig gebliebenen Dampfmaschinen. Wir haben ja noch ein paar. Ah. Schon wieder ein Angriff. Halt. Fast vergessen. So, waren wir jetzt hier irgendwo, ne? Oh, das war's glaube ich mit dem Beton. Gut, deshalb so wild. Läuft. Dann zum Thema Dampfmaschinen. Und guten Abend, Luki. Willkommen zum Stream. So, ich klopp die einfach mal hier hin, weil dann sind wir die nämlich auch los aus dem Inventar. Oh. Und dann wäre Kraftwerk 1 im Prinzip abgeschlossen. Wir haben jetzt zwar noch ein paar hier, ist aber nicht so wild. Leistung geht auf jeden Fall voll ab. Das ist doch schon mal ganz nett. Hier kann man jetzt dummerweise nicht zwischendurch laufen, ne? Macht nichts. Weil wir haben sowieso keinen Beton mehr. Temperatur passt überall. Sehr cool. Aber ich denke, das wird steigen, sobald wieder die mehr Leistung benötigt wird. Müssen wir dann mal im Auge behalten. Mal gucken. haben wir eigentlich noch mehr Beton bestimmt, oder? Oh, dieses Tor ist zu langsam. Ich weiß, ich wiederhole mich in der Aussage, aber es ist einfach zu langsam. Hä? Das kann doch nicht sein! So. Was? Das ist ja auch nicht,